YOSHI Ja ihr Lieben, wie sieht's aus? Was gibt's bei euch Weihnachten zu essen? Ich persönlich kann euch sagen, ich freue mich wahnsinnig auf Mudans wunderschöne Pute, dazu lecker Knödel, Rotkohl, eine richtig schöne leckere Soße und als Nachtisch, wie immer, selbstgemachte, gebrannte Mandeln. Ich kann euch sagen, ich werde wahrscheinlich danach wieder 10 Kilo zugenommen haben, aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Nicht zu vergessen, unsere Tradition, Weihnachtslieder singen, Weihnachtsgedichte vortragen, ich werde auch meine Gitarre dabei haben, auch ein bisschen spielen für meine Familie und ja, dann kommt natürlich die Bescherung und dann wird erstmal Uno gezockt bis zum Kotzen. Mögen die bösen Punkte wieder kommen und Muddy hasst mich, glaube ich, immer noch für die 190 Strafpunkte, die sie dank mir hatte. Ja ihr Lieben, wie verbringt ihr Weihnachten? Ich meine, einige von euch, weiß ich ja, sind alleine, aber lasst den Kopf nicht hängen, macht's euch gemütlich und genießt einfach mal die Ruhe, die ihr dann an diesen Tagen haben werdet. Und natürlich darf ja eine Sache nicht fehlen. Letztes Jahr habe ich mir Jingle Bells vorgeknöpft und habe daraus Jingle Bombs gemacht. Ihr erinnert euch, die Mario Kart Version. Und ihr habt ja schon ganz am Anfang des Videos gehört, dass Drake Last Christmas singt, obwohl er diesen Song abgrundtief hassen tut. Ja ihr Lieben, das hat auch seinen Grund, denn nur für euch, wie versprochen, habe ich mir Last Christmas vorgeknöpft, habe den Text komplett durch den Dreck gezogen und habe daraus eine wundervolle Mario Kart 8 Version gemacht. Ich hoffe, sie wird euch gefallen. Ich bin zwar jetzt nicht unbedingt der Superstar, der eine super Stimme hat oder der beste Gitarrist, aber ich hoffe trotzdem, dass euch diese Version zum Lachen bringen werdet. Und damit wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr rein, denn ich befinde mich ja noch in der Pause. Das nächste Video, was ihr von mir zu sehen kriegen werdet, wird nämlich der Jahresrückblick sein. Hm, hm. Und nun viel Spaß mit meiner Last Christmas Parodie. Hallo meine lieben Yoshis, ein frohes Weihnachtsfest euch allen und wie versprochen, als Weihnachtsgeschenk für euch, gibt's von Wham Last Christmas eine Verarschungsversion von eurem Drey. Und zwar umgeschrieben auf Mario Kart 8. Viel Spaß! Wir spielen Mario Kart 8, das wird ein Spaß für die ganze Nacht. Der Stream geht online, alle bereit, es ist mal wieder Rennzeit. Alle sind sie mit dabei, Clouped, Easy und Sadie Line. Sonny, Drago, Markus und Pastie, Dorsten, Piquet und Roman G. Erste Runde, alles läuft glatt. Dem blöden Clou häng ich doch locker an. Doch was macht Sadie, der blöde Sack, der knallt mich eiskalt ab. So ne Scheißrunde, ich werd abgeknallt, zähl die du blöde Sau, warte es ab. Sadie kommt und wirft drauf Amos, da lässt sie den Mondstein los. Zweite Runde, es wird nicht besser, Roman sterbt mich erst mal. So ein Schisser, der olle Dorsten, kommt mit nem Affenzahn und dreckt mich von der Verbahn. Der blöde Raketen-Drago haut mich um, Isis Bananen liegen hier rum. Schon kommt Markus mit seinem Blitz, das ist doch wohl ein schlechter Witz. Verdammte Scheiße, ich kotz doch gleich ab. Danke, Piquet, jetzt bin ich platt. Verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Was bist du doch für ein mieses Schwein. Für Pataru hab ich den Stern und er kann sich nicht dagegen wehren. Noch ne Bombe, gratis dazu, dann gibt der olle iPod Ruhe. Letzte Runde, ich seh endlich Clou. Ich hab ne schöne Ratschel, nur für ihn. Clou, der schreit, das finde ich fein. Und drückt ihn erst mal drei rein. Die blaue Handbremse, sie saust wie der Wind. Trifft das arme Bastillein, der schreit wie ein Kind. Kurz zum Ziel ist sowas ganz schön gemein. Ich glaub, da muss jetzt wer laut wein. Das Alpha Yoshi hat das Rennen gewonnen. Doch die große Schlacht ist noch nicht verloren. Alle sind sie auf Rache aus und machen mir gleich den Gau aus. Der Last Christmas ist ein Scheißsong. Doch mit Marioka-Text wird er wieder toll. Für dieses Jahr hab ich es geschafft. Das war's mit Drakes Weihnachts-Special. Das Alpha Yoshi und seine Familie wünscht euch allen ein frohes Weihnachtsfest.